Willkommen auf dem Kanal Erfolgreicher Menschen. Schönen Tag noch. Das sind die spannendsten Neuigkeiten der letzten 24 Stunden. Bild von Florian Silbereisen, der Beatrice Egli einen Millionen Dollar Diamantring überreicht. Bitte abonniere meinen Kanal, danke. Dieses Bild verbreitet sich heute viel in sozialen Netzwerken. Pro Nachrichten für Beatrice Egli Fans. Florian Silbereisen hat heute offiziell Beatrice Egli einen Heiratsantrag gemacht und wurde über soziale Netzwerke und viele Medienkanäle geheiratet. Heute ist Florian offiziell der neueste Liebhaber von Schlagesängerin Beatrice Egli Florian Silbereisen. Herzlichen Glückwunsch Florian Silbereisen hat einen neuen Liebhaber. Beatrice Egli Integritätserklärung Jeder schützt sich vor Hochzeitsbetrügern, weil ich schon einen Liebhaber habe. Das ist Florian Silbereisen. Darüber wurde heute wirklich viel in der Presse berichtet. Schlagersängerin Beatrice Egli ist fassungslos über so viele Fehlinformationen über sich selbst und sie ist sprachlos, weil die Informationen so weit weg sind. Alle Fans von Beatrice Egli haben ihren Namen von Dutzenden von Menschen auf der ganzen Welt online gestellt und falsch informiert. Jetzt fordert sie Bedeutung. Berliner Kerl Leiter Hat viele Namensbetrüger der großen Stars der Popmusik in Deutschland und auf der ganzen Welt. Beatrice Egli Jungs ziehen viel Geld aus den Taschen der Beatrice Egli Fans und haben einfache Worte in Instagram Stories. Das ist wirklich ein Tempel. Du solltest mehr sehen. Beatrice Egli hat nur eins in Terrar mit Blau verwendet. Bitte hinterlassen Sie Kommentare und Vorschläge, damit wir Ihnen rund um die Uhr neue Informationen zu senden können. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.